Ich vergesse nie, er kam nach einem Training und sagte, du wirst gegen Olympique Marseille spielen. Ein Jahr nicht gespielt, ich spielte direkt in Champions League. Und dann kam Frank vor dem Spiel und sagte zu mir, Brate, ich bereite dich vor. Einen Assisten mache ich für dich keine Sorge, du wirst das Tor schießen. Und er kommt zu mir, habe ich dir gesagt, und dann habe ich später noch zweiter geschossen. Das ist ein Spieler gewesen, der wirklich jeden Tag 100 Prozent gegeben hat. Das hat man ja auch in seinen Spielen gesehen, dass der wirklich alles dafür tut, um ein Tor zu erzielen, der Mannschaft zu helfen. Haben wir ja auch noch eine Ihre Korrektur für den Aber ich habe es sehr, sehr gut, sehr, 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 sehr viel und besonders viel Energie, sehr viel Fleisch zu haben. Und danach schon am Ende ist es, dieser Mannschaft in probablyg. Und dann dann bin ich aber sehr, sehr, sehr gut, sehr geehrterweise, sehr, sehr, sehr gut. Und dann wird es eben auch noch mal ein paar Rund.